Was haben Sie heute gemacht? Heute war ich in den Wald. Wir haben ein Stück über Schockmesser gehört. Dort mussten wir die Fehler des Geschirks erzählen. Wir haben es falsch gesehen. Dann haben wir es selbst mit. Dann haben wir Schlangenboot gemacht. Dann haben wir einfach weiter geschnitzt nach dem Schlangenboot. Was haben Sie geschnitzt? Ich habe eine Figur geschnitzt. Ich habe es selbst geschnitzt. Dann sind wir wieder zurückgegangen. Wir haben zu Nacht gegessen. Und während des Nachts haben wir noch Spiele gemacht. Und dann noch im Set so Karten und Spielen. Das war alles. Wir sind heute wandern und haben die Musik gelassen. Danach sind wir beim Büro vorbei. Dort sind zwei wildwärmende Hunde gesäcklet. Und so ein Pferd, der die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist. Und beim Rückweg ist es immer noch im Kreis gelaufen. Wir haben einen Führwettbewerb gemacht. Das ist darum gegangen ist. Wer zuerst schafft, das Führ anzunehmen. Nachher ist es ein ziemlicher Brötchen und ein Wurstbrötchen. Jetzt sind wir fix und fertig. Im Falle nur noch Duschen und danach ins Bett. Wir sind am Bowler. Wir sind am Bowler. Machen Strike! Machen Strike! Oh mein Gott! Hey liebe Gruppenfotoschnitte. Was machen wir heute an unserem Gruppentag? Also wir sind im Zug nach Toteca. Und jetzt sind wir maximal vorbereitet. Und was habt ihr das Toteca gemacht? Wir sind in der kleine Slider-Rümpel angeschaut. Und wir werden nach der Summe für den Heimer hineinwerfen. Und nachher sind wir auf den Zug gefahren. Und wir sind im Hotel auf dem Zug gefahren. Und wir sind im Hotel auf dem Zug gefahren. Und wir sind in der Schleife. Es ist ein Siegerbuch. Und nur die Hürde. En das ist ein ganzes Würgen. Eher ist ein Siegerbuch. Und得 sind in der Schleife. Oder wenn das? Wir sind im Moment.